Musik 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 Es gibt eine Lounge neben dem Garderobe. Es gibt ein Sofa und Tisch und wir können dort zusammenchillen. Nach dem Morgentraining gehen wir meistens hoch zum Billardraum. Dann müssen wir ein Billard spielen oder im Töckchen kannst du dort auch noch spielen. Dann kann man auch etwas trinken, Kaffee, Milch, was du willst. Es ist wahrscheinlich das schönste, was ich bis jetzt hatte. Es ist auch super für uns Trainer. Wir haben alles hier, ein super Garderobe, ein super Trainerbüro, coole Büros, wo wir in der Sonnenlichtverein sind, nicht nur hier im Keller. Wir bieten alles, was man haben kann. Es ist jetzt so ein Räumchen mit so Schlafboxen drin und wir können dort die Porenab machen, etwas erholen und wir haben ja auch Physio und Arzt tunen. Wir haben schon genug Sachen dafür erholen. Es ist eigentlich wie das zweite Zuhause. Wir sind eigentlich hier den ganzen Tag. Von morgen bis am Abend. Und zuhause schlafst du eigentlich nur noch. Da machst du alles sonst. OEM heisst es On Your Marks. Auf die Plätze, fertig, los! ırs